Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zu meiner neuen Produktvorstellung. Heute geht es um das orthopädische Sitzkissen aus dem Hause Fega. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Produkt für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidungen bestenfalls noch zu vereinfachen. Wer braucht überhaupt so ein spezielles Sitzkissen? Orthopädisches Sitzkissen, das klingt ja nach was ganz Feinem. Ich habe es mir einfach geholt, weil der Sitz darauf sehr angenehm ist. Ihr seht, es ist tatsächlich besonders geformt. Wenn ihr jetzt an ein Standard-Sitzkissen denken würdet, dann denkt ihr natürlich eher an so eine viereckige Form, wo man sich wirklich nicht viel bei denkt. Hier haben wir so eine ganz interessante Form und ich kann euch sagen, das funktioniert wunderbar. Für die Leute, die am Computer arbeiten zum Beispiel oder auch für Leute, die lange Zug fahren zum Beispiel. Da kann ich so ein Kissen auf jeden Fall empfehlen, zumal ich es auch wirklich günstig gekauft habe. Das Feiga-Sitzkissen hier habe ich mal für 30 Euro, für knapp 30 Euro auf Amazon mir gekauft. Und ich muss sagen, Leute, das waren die besten 30 Euro, die ich in meinem Leben jemals investiert habe. Hier spart man wirklich am falschen Ende. Denn 30 Euro sind wirklich nicht viel Geld und mit so einem Feiga-Sitzkissen könnt ihr wirklich, vor allem orthopädischen Sitzkissen, könnt ihr wirklich viel erreichen in Sachen Sitzkomfort und angenehmes Sitzen. Egal ob bei einer langen Zugfahrt, die anstrengend ist oder an einem langen PC-Arbeitstag, der anstrengend ist. Mit dem Feiga-Orthopädischen Sitzkissen ist euer Tag. Ein angenehmer Sitztraum. Zumal wir hier noch sehr coole Features haben. Welches Sitzkissen, Leute, welches Sitzkissen hat einen praktischen Tragegriff? Einen praktischen Tragegriff. Das habe ich bei einem Sitzkissen noch nie erlebt. Diese ganzen Boni können wir hier einstreichen, wenn wir uns für wenig Geld ein Feiga-Sitzkissen koppen. Ich finde, das ist ein toller Deal. 30 Euro, also da kann man wirklich nicht meckern. Große Empfehlung von mir an dieser Stelle. Der Sitz ist sehr angenehm. Das Design ist auch durchaus sehr cool, klar. Aber es geht hier ohne Frage um den Sitzkomfort und eins kann ich euch sagen, in meinen Augen ist der auf jeden Fall gegeben. Großes Shoutout an Feiga. Danke, dass ihr so coole Sitzkissen herstellt. Ja, ich hoffe, euch hat meine Produktvorstellung gefallen. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.